Warten Sie ganz kurz, Sie haben es uns doch vorbei. In den Korb eigentlich, meinst du? Boah. Komm schnell raus, dann, ja, sonst gibt es so mehr gleich aus. Ich bin ja in den Korb, wenn du jetzt. Ach, Alter, Alter, also war ich. Okay. Äh, was machen wir mal in den Korb? Ja, da stehst du mal ganz kurz ein bisschen beiseite. Das ist schwer zu sehen, aber es ist nicht meine Rose. Das ist nicht meine Rose? Nein, das ist nicht meine Rose. Aber das ist aber die Wäsche-Kopf. Das ist meine Wäsche-Kopf, den habe ich draußen hingestellt, damit ich nicht vergesse, weil ich die Wäsche mache. Wir wissen die Rose hier. Kann ich auch noch. Ist das die Rose? Ohne ich. Ich weiß nicht. Oh, ich erzähle doch. Ja. Das sieht aus wie ein Kochsinn, würde ich jetzt sagen. Was soll ich hier, Moment mal, gerade? Das ist zumindest mal, das ist zumindest mal der Stift, vielleicht so. Ja. Die Schrift des Drohbriefs stimmt mit der des Einkaufszettels überein. Die Beamten vermuten deshalb, dass es sich bei dem Täter um den Besitzer der blauen Arbeitshose handelt. Also das ist nicht wahrscheinlich seine Ehefrau? Okay. Wir haben jetzt... Ja. Ja. Sie warten, Sie warten, Sie warten, Sie warten. Wer kennt die Hose? Stopp, ganz ruhig, bitte einmal ganz ruhig. Sie wollen diese Hose jetzt haben, doch. Also Hose, ich wollte vielleicht machen. Das ist nicht mit der Rose, ich muss auch gucken gehen. Also, Sie sagen, das war nicht die Rose, also meine Frau kennt alle meine Rose. Und ich glaube, Ihre Frau kennt die Rose genauso, wenn sie sie wählt, oder nicht? Ja. Aber das, das war abgesehen, da war so ein Zittel noch, da war so ein Zittel noch, da war so ein Zittel noch, da war so ein Zittel noch. Also, erzählen Sie jetzt noch mal, was ist das für eine Geschichte, die wir haben? Ja, er ging mir auf und gesagt, und Sie ging mir auf und gesagt, ich klopfte den ganzen Tag rum, macht Disko-Musik und den ganzen Tag am Böbeln und am Segen und am Hammer. Ich dachte, ich werde jetzt gleich beide mit ein Schlatt los. Also, es war ein bisschen dumm, oder? Sie müssen, ich muss jetzt noch mal bemerken, Sie müssen sich jetzt zu Ihrem Schlatt kommen und jetzt gar nicht jetzt mal äußern. Der 55-Jährige wollte mit der Tat seinen Nachbarn aus dem Hause ekeln. In der Mittagspause des Hausmeisters nahm er den Kanister an sich, verschüttete das Benzin und schrieb den Druck. Oh. So, ich sehe jetzt auch gleich, das ist noch als Update, das Ganze geht es besser. Ah, das ist aber auch nicht, weil wir uns noch nicht gehen müssen, die Mama. Ja. 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 Der Täter erhält eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Körperverletzung. Dem Männchen geht es wieder gut. Es behält keine Schäden zurück. Ja, schickt mir keine Briefe mehr. Hallo, wenn du gerade am Essen willst, ne, schieb es mal weg. Ne, echt jetzt, schieb es mal weg, du bist gleich sowieso satt. Hier gibt es etwas, was ich unbedingt euch zeigen muss. Kommentarlos. Der Golf liegt rechts, weil er will wohl nach rechts. Da kann man ja mal mit Mercedes so händen. Da kann man, ist aber nicht schön. Der Golf ist abliegen, in die Mercedes-Benz-Benz-Straße. Was? 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 Hier ist gar keine Schreise. Was quatscht du da mit dem Scheiß? Was? 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 Was?